Wir werden euch ein schönes Haus mit drei Wohnungen im Gerindewald präsentieren. Schöne Lage, nahe vom Zentrum, mit einer Aussicht auf die Berge. Mit einem Grundstück von 1490 m². Schattige Garten mit Terrassen, verschiedene Nebengebäude. Mehrere Parkplätze und zwei Garage. Im Erdgeschoss hat es einen Korridor, eine Zuzimmerwohnung. Zwei separate Schlafzimmer. Zwei Keller, ein Lokal mit der Heizung und eine Wäschküche. Im ersten Stock hat es eine Vierzimmerwohnung mit einem Vorraum, ein Wohnzimmer, Esszimmer. Und zwei Schlafzimmer. Eine Küche mit einem Ausgang zum Balkon und ein Badzimmer. Zuerst vom Haus hat es eine Drehalbzimmerwohnung mit einem Wohnzimmer, ein Ausgang zum Balkon. Eine grosse Küche, ein Schlafzimmer. Eine grosse Küche, ein Schlafzimmer. Eine grosse Küche, ein Schlafzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung. Eine grosse Küche, ein Schlafzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung. Eine ganze Küche, ein Schlafzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung. Versue die eigene eine Ausgang Episculoskeisung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einem Wohnzimmerwohnung mit einerушка.